Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei South Park Stick of the Truth. Wir haben das letzte Mal hier noch Elben oder Elfen abgewehrt, die uns überfallen haben. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die wieder rauskommen. Jo, dachte ich mir, weil ich habe nämlich das Spiel gespeichert, aber es speichert halt immer nur den letzten Save Point. Also von daher müssen wir leider den Kampf nochmal machen, aber ich hoffe mal, dass es trotzdem irgendwas bringt. Vor allem Übung, dass es bringt, hoffentlich. Ja, und es ist den gleichen Fehler gemacht wie beim letzten Mal kämpfen. Oh, Rüstung. Achso, ich muss links klicken sogar. Jawohl. Ähm, mach du mal heilende Berührung? Nee. Naja, gut. Wenn ich das machen muss, ne? Ja, deine Begleiter, ne? Ja. Fähigkeit. Und zwar den Hammer der Gerechtigkeit. Diesmal gehe ich gleich mal auf die... großen Dinger. Doch nicht? Hm? Zack, die Pfeile. Ah. Ich brünte. Ja. Dann lass mich doch mal. Ja, genau. Schließen. Und zwar den Heiltrank. Gegenstand. Jetzt sind wir ja ein bisschen schneller als beim letzten Mal. Okay. Ähm, wir werden mit Schocken durch auf Ilos gehen. Ist das alles, was du hast? Okay. Mist. Verdammt. Ich vergesse immer, dass ich... dass ich dann, äh, links klicke. So, dankeschön. Du machst bitte nochmal den Hammer. Ich muss das nochmal probieren hier. Ach, verdammt. Schon wieder erwischt. Ähm, wir machen mal die Fähigkeit hier mit dem Gegenstand aus dem Inventar. Ich möchte das nochmal probieren. Ja. Yay. Fussel. Aber ich habe immer noch... Oh, Angriff erhöht. Ah je. Kontern. Der greift an. Und ich habe beides nicht gekontert, ne? Okay, dann... Heiltrank. Auf ihn bitte. So, und dann... Was können wir mal noch machen? Ach so, wir haben keine MPs mehr, ne? Okay, dann Butter's Hammer. Wir gehen auf... auf ihn. Oh, yes. Heiliger Bonus-Schaden. Ähm, ich gehe jetzt auch nochmal auf ihn. Oh, verdammt. Ach, verdammt. Der hält ganz schön viel aus hier. Huh, das war gut. Fuck you! Oh, bitte, bitte, bitte. Äh, heilende Berührung. Einen Punkt nur noch gehabt, ey. So. Hier, mit dir. Das ist diesmal wesentlich spannender. Wird er bitte auf ihn hier. Hui. Der hat nur noch einen Punkt. Sehr heftig. Warte mal. Der... Der Luschenbogen. We're still doing this, right? I needed that. Yes. Okay, aber ich würde sagen, dass ich den Hammer einsetze. Oh, okay. Äh, Luschenbogen. Auf ihn. Oder mit der rechten Maus, das ist ein Machtangriff. Dann mach ich mal den Machtangriff. Au. Okay, Sekunde. Heilende Berührung. Zum einen auf mich. Und, ach so, du kannst keine Heilung mehr machen. Dann... Einmal der Hammer. Jesus Christ! Der hat schon wieder gekontert. Okay, warte mal. Erstmal... Ihn hier wegmachen. Und dich dann bitte einmal selber heilen. Äh, Gesundheitsdrang klein. Sollte... ...passen. Jawohl, und dann mit dem Hammer einmal Truff auf ihn. Schon wieder? Okay. Oh, boy! Oh, boy! Ich glaube, der Kampf war ein bisschen besser als das letzte Mal. Sieg plus 1 EP. Neue Nachricht von Cartman. Okay, das haben wir ja alles schon beim letzten Mal gelesen. Okay, wunderbar. Elfenohren. Alles einstecken, wo es geht, ne? Okay. Weiter geht's. South Park. Herzlich willkommen. Okay, die kann man auch kaputt machen. Hey, servus. Okay. Alles klar. Kann ich das... ...Tierchen da oben runterhauen? Nee, ne? Geht da irgendwas? Können wir da hinten rum? Ah! Da ist ein Weg. Durchwärts. Nice. Wir schauen mal weiter. Gibt's da auch was? Nein. Au. Papprolle. Ganz wichtig. Ja, ja. Die machen schon... Kann ich die... Doch. Kann ich kaputt machen. Au. Kronkorgen. Oh, nice. Da ist irgendwas. Ah, ich musste bloß den Karton weghauen. Heidrank, was aber noch im Moment. Tonuhr. Okay. Tonsur. Keine Ahnung, das ist halt so ein Stirnband, ne? Verrücktes Actionrad. Gut. Dabei geplatzt. So, wir müssen ja, äh, die anderen anheuern. Hier. Äh, genau. Müssen wir noch ein Stück weiter. Und ich durchsuche natürlich auch alles, ne? Ist klar. Ich bin tatsächlich schneller auf Facebook-Message, als ich zu sprechen. Hier. Das wird einfach viel schneller gehen, wenn ich dich freunde. Okay. Okay. Kelly Gardner. Zerknülltes Papier. Das ist bestimmt auch wichtig. Und wenn wir es nur verkaufen können, dann ist ja auch schon mal was. Bestie Donovan. Jetzt ernsthaft? Warte mal. Okay, dankeschön. Äh, jawoll. Ist bestimmt für Kinky interessant. Da oben ist ein Schlüssel. So, ich bin nicht der einzige. Ja, ja. Ich würde, ich würde auch gerne... Ah, schießen. Ich bin doch auf Schießen eingestellt, jetzt wird... Ne? Irgendwie, ich habe hier, ähm, dieses Schießen stehen, aber... Warte mal. Geh mal in dein Inventar, das muss doch gehen, dass du... Mächtiger Bogen. Genau. Aber wie kann ich den... den auswählen, das ist immer noch das Problem, ne? Ja, zeigt Gott, dass du nichts zu verbergen hast. Achso, stimmt. Das andere habe ich jetzt gar nicht. Äh, es ist jetzt 34,3 Jahre später und AIDS ist immer noch witzig. Ähm, wahrscheinlich mittlerweile teurer als eine... Achso, das haben wir schon. Baseballkarte hatten wir auch schon. Enthält Instruktionen, wie man eine Gelegenheit für Fotos... Achso, das haben wir auch schon gehabt, ne? Freilich, das haben wir alles schon gehabt. Warum war das denn jetzt noch neu? Wahrscheinlich wegen dem Speicher, ne? Okay, ein neuer Freund. Da, das ist deutlich einfacher als reden. Naja, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es zwischen dir und mir eine echte Verbindung gibt. So. Kann ich den auch ablegen? Freier Platz, freier Platz. Waffenaufsätze. Ah, okay, dafür ist es gedacht. Na gut, jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich die... Ich habe keine Ahnung, wieso. Und wie? Und was? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr es mir sagen. Vielleicht wisst ihr es zufälligerweise. Weil wir haben ja einmal das vorne mit dem Baum, wo das Tierchen drin ist. Und jetzt hat er einmal hier den Schlüssel. Okay, keine Ahnung. Da geht es nicht durch. Liegt da ein Papier oder ist das Schnee? Hm. Und er will mit uns nicht sprechen. Wahrscheinlich, weil wir den Schneemann kaputt gemacht haben, ne? Wir sind jetzt hier. Okay, da ist natürlich noch ein bisschen Weg. Plastik. So. Schauen wir hier. Zerfetztes Plastik. Okay, und sonst sehe ich jetzt auch wieder nichts. Okay. Holz. Briefkasten. Okay. Ich habe mir jetzt überlegt, was muss ich jetzt machen? Muss ich die jetzt angreifen oder nicht? Wird es dann erhöht? Ah. Jetzt blutet er. Oh. Blumenkämpchen. Autsch. Blumenkämpchen. Okay. Wir machen erstmal einen Pfeil auf ihn. Ah. Und machen dann eine... ...einen Heiltrank, Gegenstand. Äh, verdammt. Ich hätte mich heilen sollen. Okay. Dann gehen wir mal auf ihn. Ah. Ich habe zu früh gedrückt. Vergiss mich, David. Ja, okay. Gegenstände. Ich muss mich auf jeden Fall heilen. Ich weiß aber nicht, ob das reicht. Stopp dicken. 38. Okay. Dann machen wir jetzt nochmal ihn hier. Hm. Nur einen Punkt. Ach, verdammt. Und dann konnte ich den auch nicht abwehren. Oder fast nicht. Ähm. Gesundheitstrang groß. Gegenstand. Einmal auf mich. So. Dann einmal Luschenbogen. Wieder auf ihn hier. Yes. Danke. Au. Okay. Ich muss mich heilen. Das geht nicht. Was ist Machtrank? Äh. We're still doing this, right? Klumpen. Scheiße. Wirft den Feinden die Scheiße an den Kopf, um sie anzuwidern. Jetzt ehrlich. Come on! Ich hab's gemacht. Äh… Äh… Ah, verdammt. Nein. Mist. Doch verloren. Okay, Game Over. Weiter. Oje, naja, das musste ja sein. Weil wir sind ja im Grunde... Oh, wieder hier. Oh, wo sind wir? Sind wir so weit zurück jetzt? Um den Stich der Wahrheit zu bekommen, müssen wir die Warriors 3 rekrutieren. Jetzt muss ich mich aber besser anstellen. So, können wir hier rein? Ja, da können wir rein. So, jetzt ist für mich wieder die Frage, ob ich das zensieren muss. Ja, ist okay. Oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Oh, den habe ich ja dann auch nicht erfüllt. Den muss ich ja dann quasi nochmal machen. Ja, den Free Wish, den nehme ich mir jetzt auch. Yummy yummy. Okay. Okay. Vielleicht muss ich erstmal mit ihm sprechen. Ich kann mit ihm nicht sprechen, ne? Okay. Kommen wir da rein? Nee, da kommen wir auch nicht rein. Ich lasse dir jetzt mal deinen Schneemann. Okay, irgendwas war sonst hier nicht, ne? Nee, nur das zerfetzte Plastik. Okay. Ich habe jetzt nicht den ersten Angriff. Okay, wir gehen sofort auf den da hinten. Kann ich irgendwie... Moment. Klumpen. Stärke. Tempotrank. Du hörst deinen Gegner damit, um seine Boni zu entfernen. Wiederbelebungsdrank. Stärkedrank. Dann würde ich sagen... Wir irritieren ihn. Du wirst nicht auf mich, oder? So, und dann hauen wir auf ihn nochmal drauf. Okay. Was? Nur einen Punkt? Ah, Rüstung erhöht. Okay. Okay, wir gehen nochmal auf ihn. Ah, aber das hat nicht gereicht. Okay, ich kann leider mit dem Hammer nicht auf ihn hinten drauf. Genau, weil ich komme da nicht hin. Puh. 80 Trefferpunkt 81 und der hat auch noch Schaden erhöht. Ich gehe auf ihn. Okay. Okay. Ah, verdammt. Ich habe gehofft, das klappt. Na, nicht schon wieder. Okay, da ist jetzt Tilt. Dann passt es ja. Dann nehmen wir den Luschenbogen und gehen auch auf ihn. Wir gehen jetzt... Beide auf ihn. Au! Genau, und du nimmst aber bitte einen... ...Gesundheitsdrank. Dankeschön. Und dann auf ihn. Hat doch nicht gereicht. War nur ein Punkt, aber... Okay. Bogen. Auf ihn. Und dann bitte einmal heilen die Berührung auf mich. Und dann drauf mit dem Hammer. Ja, der hat halt erhöhte... Autsch. Okay. Wir machen einen harten Angriff. Recht mal. Einfach das Hammer blinkt. Hui. Und? Ach, verdammt. Den zweiten habe ich nicht abgewehrt. So. Dann einmal nochmal auf dich hier. Mist. Mist, Mist, Mist. Gesundheitstrank. Und dann einmal... Luschenbogen. Ach, verdammt. Ich mache ihm halt nur einen Schaden, ist das Problem, ne? So. Ähm... Wir machen mal... Widerbelebungsdrank. Warte, wer ist das? So, und dann darfst du den letzten Schlag ihm versetzen. Abwehr verringert. Oh je. Ah! Ah! Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Endlich. So, was kriegen wir denn alles? Wenigstens kriegen wir auch wieder Gesundheitszeug. Ich glaube ich. Her damit. So, wir gucken mal noch da hinten, ob ich da noch irgendwas hab. Jaja. Ihr Loser. Oh, Papua. Okay. Da ist anscheinend... Ah, warte mal. Kann ich die Leiter nicht irgendwie verschieben oder sowas? Ah, kaputter Schwertgriff. Okay. Hallo? Ist da jemand? Äh, die Kacke, die gepünkelt hat. Okay. Wie viel Sympathit oder was? Da ist nichts weiter? Okay. Oh. Nice. Da gibt's nichts. Da gibt's nichts. Vielleicht hier? Hm. Da kann man bestimmt irgendwas ausräubern. Da ist der Schrank. Stärketrank und eine Gabel. Heiltrank. Wunderbar. Da ist aber nichts, ne? Nee. Gehen wir mal nach oben natürlich. Also wenn, dann schauen wir uns ja überall um, ne? Der Rehschonsprung. Hey, Spock. Hi, Spock. Hi, Hubert. While I would prefer to explore strange worlds with you, it is illogical to abandon the bridge until the captain returns. The captain is my Bob. I can't go outside when she's not home. But the Federation has an urgent mission for you. A Tricorder was left behind on the frozen planet of Hoth. Only it's not a Tricorder. It's my dad's iPad 2. I need you to beam down to the Omicron-Sector and locate that device before it falls into Klingon hands. I think it fell out of my backpack near the church. Alles klar. Neue Quest. Vulkanier in der Nähe. The Federation is counting on you to find that Tricorder. Is in Ordnung. Okay. Da kann ich... Doch, da kann ich. Geld-Videospiel-Klingonenbad. Oh. Das Poster. Oh, meine Güte. USB-Sticks. Immer her damit. The Federation is counting on you to find that Tricorder. Und da wo sie Geld-Gesundheitstrank. Alles klar. Und da wo sie Gegenstands-Quest. Da kommt mir nichts rein. Okay. Oh. Abgeschlossen. Da kommt mir nicht rein. Da kommt mir rein. Das Papier. Ganz wichtig. Jawoll. Den nutzen wir dann natürlich auch gleich, weil das ist glaube ich eine Quest oder so. So. Äh. Ja. Einmal. Bitte. Und ganz schnell. Ja. Mein Free-Wish ist der Klumpen hier. So. Also wenn irgendwo mal ein paar Sekunden fehlen in dem Spiel, dann musste ich es wahrscheinlich zensieren, rausnehmen, was weiß ich. Dich habe ich schon. Okay. Wir haben noch eine ziemlich Schnellreise-Möglichkeit. Das ist doch schon mal super. Und es wird gespeichert. Dankeschön. So. Da ist nichts weiter. Oh. Was aber noch ein Heiltrank und verrücktes Actionrad. Also die Actionräder, die bringen schon ein wenig was. Da oben ist auch wieder ein Schlüssel. Ich hoffe, dass ich das irgendwie rausbekomme. Zerfetzes Plastik habe ich noch bekommen. Au. Kann ich da jetzt durch irgendwie? Ne, ne? Na, ich komme nicht an diese Box da ran oder was auch immer das ist. So. Wer ist hier? Hallo? Okay. Nächster Abschnitt. Gucken wir mal. Wo sind wir jetzt eigentlich vom Abstand her? Wir sind schon da. Wir sind schon ganz weit dran vorbei, ne? Wir müssen ja da hin. Oh je. Dann würde ich sagen, gehen wir mal lieber zurück. Ähm. Noch zwei, ein Haus weiter, ne? Oh. Knochen. Da müssen wir doch rein. Pfff. 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 Okay. Mist. Alles klar. Also wir können ihn nicht holen. Ähm. Weil er anscheinend irgendwas angestellt hat. Bin mal gespannt, ob wir die anderen holen können. Wir waren jetzt auf jeden Fall hier. Wir könnten dann das Schnellreise-Dingsbums nehmen und zumindest da hinfahren. Weil wir müssen irgendwie nach oben. Genau, wir müssen hier hin, zur Token, und wir müssen da hin, zur Tweak. Alles klar, lasst uns mal den... Da bin ich jetzt. Genau. Lasst uns mal das Timi-Taxi nehmen. So, Timi, da oben kann ich ja nirgends hin, aber hier ist auf jeden Fall schon mal gut, weil dann können wir direkt nach oben laufen. Okay, alles klar, dann sind wir jetzt halt da. Das heißt, wir laufen dann hier hoch, aber erst beim nächsten Mal. Ich hoffe sehr, dass euch die Parts gefallen. Lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.